Ich dachte die ganze Zeit, was ist denn das? Jetzt sehe ich es. Die sitzen bei uns hier drin, schön. Wollt ihr euch nicht stören? Hatten sich ja eingenistet. Die sind da drinnen in dem Baum, da ist ihr zuhause, jetzt ist sie weg, aber die kommen wieder. Die saßen schon mal hier drinnen, da saßen sie auch in ihrer Ecke.